Ja, könnte ich rein theoretisch. Rein theoretisch könnte ich jetzt auch. Bibelhaus. Arbeit, äh, Forschergilde. Gut, da braucht man natürlich wieder Unmengen an Geld. Naja, egal. Das ist definitiv viel zu teuer. Ja, so einen zweiten Betrieb. Äh, vielleicht noch das Hospital. 3, 3, 3, 1, 3. Oh, meine Güte. Mach ein Haus. Ah. Er hat so ein Oberlippenbärchen. Also nicht super. Äh. Weiß ja nicht, was können wir jetzt mit ihm machen. Also wir können uns jetzt tatsächlich einen Betrieb, noch einen neuen Betrieb bauen, aber das ist, das kostet, natürlich sehr kostenaufwendig. Ich kann mal gucken, was wir hier haben. Also eine Kirche haben wir ja alles schon. Heilerstube. Eine Tinkturei, das wäre doch was. Oh, da mag uns immer nicht. Ach, das sind unsere, eher unsere, ja, gegen, gegen Mach-Sache sozusagen. Forschergilde. Eine Dynastie trauert. Ah, jetzt sterben die Allerersten. Das heißt, wir sind auch irgendwann mal dran. So. Wo lässt sich denn noch ein Platz finden? Bauen wir die Tinkturei mal hier hin. So, noch nur 42. Oh, jetzt. Ja, gut. So, ja. Ich vermute mal, bald ist auch, es segnet auch, segnet die Zeit auch Balduin. So ein Balduin. Langsam wird es auch, wird es soweit sein. So, was machen wir denn eigentlich, wenn Ilka so weit erwachsen ist? Hast du mir was mitgebracht? In einem Kontor ist das vergünstigte Warenangebot erloschen. Na dann. In einem Kontor werden Waren zu günstigen Preisen geboten. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Nur die Ruhe. So, wir müssen mal ein bisschen Geld zu kriegen verkaufen, wenn wir morgen so 28 Weizen wäre. Immer nur Arbeit. Das ist vielleicht ganz schlau. Kein Weg ist mir zu weit. Sorry. Äh, nee, nicht Lager. Also, würde man mal reingehen. Ne, unser Haus. Wir haben schon ein Haus. So, Tinktorei wird gebaut. Jetzt haben wir auch wieder so ein bisschen was an Geld. Ist ja auch nicht gerade schlecht. Es wird gebaut und gebaut. El Vino Veritas. Variatio Delectat. Ach, wir reden jetzt, sie reden jetzt hier wieder schön Latein. Ähm. Was haben wir hier so schönes? Schattenkunst. Geheimwissen. Geheimwissen. Er ist 16. Naja, er sieht ja nicht gerade aus wie 16. Naja. Nicht so schlimm. Ja, vielleicht mit meiner Nase so ein bisschen zu. Ähm. Naja. Macht ja nichts. So, gleich ist das Ding auch aufgebaut. Und dann können wir auch unsere zwei in Betrieb nehmen. In Betrieb, in Betrieb nehmen. Und wenn ein Ilka aus der Welt erwachsen ist, dann tun wir unsere Frau raus. Dann ist leider so. Muss leider sein. Also, Baldi möchte ich noch, bis er stirbt. Bis er stirbt haben. Ein neues Gebäude wurde errichtet. Sehr schön. Anfänger üben. Das ist geil. So. Produktion und Arbeit. Kräutertee. Ja, das ist wichtig. Du kannst dann direkt damit anfangen. So sei es. Und du kannst... Oh, Mann, sammeln. Du erinnerst, wie er ist. Madua Prima Vera Est. Ich übersetze es jetzt nicht, weil ich das auch keine Lust zu habe. Wahrscheinlich gehe ich es ja nicht auf die Reihe. Moment. Arbeitet der Typ schon? Ja. Finde ich nett. Ja, einen Angestellten machen wir uns erstmal nicht. Also noch einen. Ihr seht, das Geld ist da etwas knapp für. Macht ja nichts. Ich habe mir vorgenommen, um diesmal mal ein bisschen mehr zu reden, weil ich glaube, ich rede einfach echt ein bisschen zu wenig. Irgendwie ist meine Nase auch gerade ein bisschen zu. Ich hoffe, ich habe irgendwo Taschen und Tücher. Jetzt mal gucken. Ja, ich habe welche. Gut. Wollte ich mal ganz kurz die Nase putzen. Das mache ich jetzt aber ohne Mikrofon. Entschuldige das mal bitte. So, schon besser. Spielen wir was zusammen? Nein, noch nicht. Wie alt ist denn? Achso, kann ich jetzt nicht gucken. Oh, er ist gerade 17 geworden. Siehst was? Schön, schön. Kampfkunst. Geheimwissen brauche ich nicht, aber Kampfkunst kann ja nicht schaden. Mal ein bisschen zu erhöhen. Na, was? Wie? Wo? Ich dachte schon, sie hätte gerade irgendwie Energie verloren. Das sah gerade so aus. So, ihr könnt auch gleich wieder zurückkommen, bitte. Weil langsam ist mal Zeit. Ich ja... Ja, ein bisschen... Ja, Geld verdienen, ne? Arbeiten! Das wäre richtig schön. Ja, sag ich doch, bitte sehr. Geht doch. So, es kann auch unser... An die Arbeit! Immer noch alt, aber dennoch so fit. Also so. Aber jetzt will ich... So, jetzt verkaufe ich das noch, damit ich noch Rohstoffe bekomme. So, Zucker, Mehl, alles. Brauchen wir alles. Schauen wir mal, wie... Ob es in den... Gutshöfen so hier was gibt. Beides. Ja, dann gehen wir noch glatt da hin. Kaufen da erstmal was ein. Was ist mit dem kleineren hier? Das hier, der Kross genau so. Auf deinen herrlichen Duft. Hoch. Ho, 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 ho. Eine Edelfrau. Eine Edelfrau finde ich immer gut. Machen wir auch gleich. Also, ein bisschen später noch. Soll ich helfen? Was machst du hier? Ach komm, versuchen wir es jetzt. Und zwar bei der besagten Person. Patronen. Schwierigkeiten, Mittel. Oh, jo. Dann beginnt wieder eine neue Werbung. Das Dumme ist da, wir müssen gucken, wen wir dann in unserer Gruppe aufnehmen. Naja, sei es drum. Müssen nehmen wir dann. Ich sehe es gerade irgendwie da drin oder so. Ihr gefällt mir gut. Sie steht jetzt irgendwo dazwischen. Darf ich euch ein Stück begleiten? Hm. Nein. Wie kommt ihr nur darauf? Hallo? Äh, ja. Das nenne ich mal ein Korb. Und was ist das hier? Keine Ahnung. Man hat euch abgewiesen. Wahrscheinlich, weil wir noch keinen guten Titel haben. Na jaaah. Sei es drum. Dann versuchen wir demnächst mal so Geld zu kriegen, dass wir einen neuen Titel bekommen. Weil das kann, glaube ich, nicht schaden. So, wo ist denn unsere... Wo soll's hingehen? Wie sieht's aus? Verkauf 15, kauf 14. Da können wir hier schon mal 20 machen. Wenn ich noch was und genauso viel. Dann fahren wir dafür jetzt mal hier runter. Ich kann ja schon mal nachgucken, wie viel wir für den nächsten Titel brauchen. Das kann nicht schaden. Na komm. Hallo? Cui Bono? Cui Bono? Cui Bono? Cui Bono? Ach ja. Ich bin mal gespannt, wie viel das jetzt kostet. Ich hoffe mal... Ich vermute mal 5000 oder so. Na ja, seid gegrüßt. Schaut mal rein in die arme Stube und klopft euch in den Schnee. Also, ich weiß nicht, ob es jetzt schneit, aber... Na, es ist kalt heute. Naja. Aber ihr seid gewiss nicht gekommen, um meinen wohlgesetzten Worten zu lauschen. Ne, definitiv nicht. So, wie viel haben wir denn? Ach, 2500. Ach, ihr armer Schlucker. Dann verkaufe ich euch an eurer Konferenz. Okay, das ist machbar. Als Unfrei. Unfrei will ich nicht herraten. Das ist nicht so toll. Also nicht, dass ich was gegen Unfrei hätte, aber... Ne, 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 ne. Ach, wir haben noch einen Anzeigenbetrieb. Hätte ich jetzt fast vergessen. Das ist jetzt unser Karren schon irgendwo... ...gekommen. Wo soll's hingehen? Ja. Also, da hätte ich auch noch mal gerne 20 Stück. Sehr schön. Also, einmal wieder zurückfahren, bitte. Nein, falsch. Wo soll's hingehen? Und abladen, bitte. Bin schon unterwegs. Ja, wunderbar. So, ach, schon mal 6 T fertig. Ist doch schon mal was. So, wenn du noch was fertig hast, kannst du mal ein bisschen Kräuter sammeln gehen. Das ist ne... Das ist schön. Du brauchst da erstmal keine anderen Rohstoffe für. Du kannst die Rohstoffe erstmal sammeln. Oh, jetzt wird's auch eng langsam. Gut, gut. Also gut nicht, aber kümmern wir uns mal da drauf. Da... 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 Da haben wir eh noch einen. Das heißt, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Davendel. Und meine Angestellten... Nein, wir brauchen mehr. Alea Jagda Est. Alea Jagda Est. Die Würfel sind gefallen, würde ich sagen. Ja, ja. Latein, Latein. Hab ich nicht mehr lange in der Schule. Habt ihr nächstes Mal Latino. Wenn alles glatt läuft, natürlich. Versteht sich, ja. Na dann mal los. Ja. Dann hopp, hopp. Wie sieht's aus? Sind irgendwelche Leute in unserer Taverne drin? Äh, unser Schenkel oder wie auch immer. Nein, grad nicht. Das heißt, wir können... ... 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 Doch, oder... Nee, 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 nee. So, da weizen wir. Gut, gut. Ach, die haben wir, glaube ich, lange nicht mehr gehört. Kann das sein? Also wir kommen das jedenfalls so vor. Da haben wir gerade ein bisschen Kräutertee verkauft. Da haben wir doch gerade einen reinlaufen sehen. Ist der im Baderaum drin? Nee, sieht nicht so aus. Und im Baderaum? Nee, gibt's ja auch noch. Shisha! Nee, ist aber auch nicht. Da, 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 da. Informant. Spielt da nicht jemand aus, oder wieso? Gibt's eigentlich noch irgendwas zu verbessern? Das kann ich auch nochmal nachgucken. Hm, Geistesnebel können wir noch machen. Rinderbraten. Was bräuchte man dafür? Zucker, Fett und Rinder. Scheiß. Teil.